Mit Chesspace haben Sie die Möglichkeit, eigene Partien einzugeben und diese in einer Datenbank zu speichern. In diesem Video möchte ich Ihnen einmal zeigen, wie man eine Partienotation eingibt und welche nützlichen Funktionen im Zusammenhang mit der Partieeingabe zur Verfügung stehen. Dann starten wir im ersten Schritt mal ein leeres Brettfenster, in dem wir die Eingabe der Züge vornehmen wollen. Das habe ich jetzt gestartet. Jetzt kann man eben ganz einfach Züge eingeben. Hier ein Beispiel. Wie Sie sehen, gibt es einmal die Möglichkeit, die Figur auf dem Zielfeld anzufassen und den Zug auszuführen. Wenn Sie sich aber ein bisschen mit der Partieeingabe beschäftigen, werden Sie schnell feststellen, dass das Programm eine gewisse Eigenintelligenz auch an den Tag legt. Beispielsweise, wenn ich den Springer hier auf F3 einmal anklicke, markiert er hier, sehen wir, sofort dieses Feld D4. Ich mache das nochmal. Sehen Sie, wenn ich den Mauszeiger loslasse, wird der Zug umgehend ausgeführt. Und dieses wunderschöne Feature basiert auf der Heumas-Funktion. Das heißt, im Programm im Hintergrund läuft also ein kleines Schachprogramm im Hintergrund mit, was einfach schon mal plausible Zugmöglichkeiten berechnet. Diese Eingabeform, also diesen Heumas, kann man übrigens hier auch über das Anwendungsmenü Optionen konfigurieren. Und zwar hier unter Engines haben wir den Eintrag, sehen wir hier Heumas, kann man die Rechentiefe festlegen. Und über die Festlegung der Rechentiefe kann man die Genauigkeit festlegen, oder die Rechentiefe, die die im Hintergrund laufende Engine benutzt, um Zugwahrscheinlichkeiten, plausible Zugeingaben selbstständig zu berechnen. Schauen wir uns das einfach mal noch anhand weiterer Beispiele ein. Ich gehe nochmal zurück zu der Partie. Eben haben wir also gesehen, dass ich eben halt die Zielfigur einfach angeklickt habe. Und das Programm, also Heumas, schlägt jetzt zum Beispiel hier bei dem Springer F6, wir sehen das Feld F6 wird umrandet, schlägt also vor. Wenn ich jetzt einfach loslasse, wird der Zug ausgeführt. Jetzt gibt es aber noch die andere Möglichkeit. Man muss also nicht unbedingt die zuziehende Figur anklicken, sondern man kann eben halt auch direkt ein Zielfeld zuerst einmal anklicken. Machen wir das jetzt halt einfach mal, wir schauen jetzt gar nicht so sehr hier auf diesen schachlichen Gehalt, mal anhand des Feldes C4. Ich nehme jetzt einfach mal in Kauf, wie hier über Drohungen angezeigt wird, dass der Springer auf E4 schlagen kann. Wenn ich jetzt das Feld C4 anklicke, schlägt das Programm vor. Wir sehen, der Läufer auf F1 hier unten wird jetzt mit einem Feld umrandet dargestellt. Wenn ich aber nicht den Läufer F1 auf C4 ziehen möchte, ich mache das einfach mal. Ich lasse also jetzt einfach mal den Mauszeiger los. So, das Programm hat den Zug umgehend ausgeführt. Ich nehme das aber jetzt nochmal zurück. Klicke nochmal auf das Feld C4. Er schlägt also wieder den Läufer F1 vor. Wenn ich aber jetzt auf den Bauern C4 gehe und loslasse, wird eben halt dann der Bauernzug auf dem Brett ausgeführt. Also wir merken uns, plausible Möglichkeiten sind, dass wir entweder für eine schnelle Partieneingabe einfach ein Zielfeld anklicken und dann gegebenenfalls den Zugvorschlag des Heumas-Programms übernehmen oder selbstständig dann den von uns gewünschten Zug ausführen. Oder die Alternative, dass man eben halt die zu ziehende Figur einfach anklickt und dann einfach mal schaut, was Heumas vorschlägt. Beispielsweise, wenn ich jetzt hier den Springer F6 anklicke, will er den Bauern auf E4 schlagen. Das nehmen wir jetzt einfach mal hin. Und wenn ich jetzt hier den Springer auf B1 anklicke, schlägt der Springer A3 vor. Wenn ich das nicht möchte, Springer D2 rüberziehe, wird der Zug eben halt ausgeführt. Das heißt, Sie sollten einfach mal mit den beiden Möglichkeiten experimentieren. Also entweder Klick auf Zielfeld oder Klick auf die Figur, welche Methode Ihnen besser zusagt. Das kann man so pauschal nicht sagen. Das ist sehr individuell. Eine weitere Möglichkeit, auf die ich eben halt hinweisen möchte, ist, ich starte nochmal ein neues Brett. Die Partie wollen wir jetzt mal nicht speichern. Wenn man Züge eingibt, vor allem in der Anfangsphase der Partie, ist es oft hilfreich, wenn man einfach ein Eröffnungsbuch hinzuschaltet. Das mache ich jetzt mal. Ich gehe mal hier auf den Schalter Buch und habe jetzt hier das Fritz 12 Buch geladen. Und wenn ich jetzt einfach zum Beispiel Eröffnungsphase eingeben möchte, muss ich das gar nicht mit der Maus machen, sondern kann hier über die Navigation mit den Pfeiltasten die Züge direkt aus dem Buch abrufen. Mit einiger Übung ist das übrigens bedeutend schneller und komfortabler, als wenn man die Züge manuell auf dem Brett setzt. Ich mache das einfach mal. Ich gebe einfach mal hier Benoni an. So, Benoni ist C5. Gehen wir mal hier auf C5. Jetzt ist der Hauptzug D5. Also einfach über die Pfeiltasten. Und man kann jederzeit, wenn man dann nachher an der Originalpartie, die man eingeben möchte, eine Abweichung vom Eröffnungsbuch hat, dann macht man eben halt einfach folgendes. Kleinen Moment. Gehen wir auf die Notation. So, jetzt haben wir eben halt die Notationen vor uns und dann kann man eben halt die Zügeeingabe eben halt einfach durch die Eingabe der Züge auf dem Brett weiter fortsetzen. Aber insbesondere bei lang verschachtelten theoretischen Hauptvarianten empfiehlt es sich am Anfang der Partieeingabe, indem man einfach das Eröffnungsbuch hinzuschaltet und darüber eben halt schneller die Partien eingibt. Das wäre noch ein kleiner Tipp zur schnellen Partieeingabe. Text Kommentare wird auch häufig gefragt, wenn man zum Beispiel mit Ctrl A startet man ein Textfenster und wenn ich jetzt hier einfach Zug eingebe, zum Beispiel Volga Gambit, und das mit OK bestätige, wird dieser Text nachher in der Notation auch angezeigt. Zuvor noch ein kleiner Tipp, wenn Sie hier den Schalter, man kann hier aber diese Schalter All, Eng, Deu, Fra, verschiedene Sprachversionen einstellen, wenn Sie aber den Schalter All benutzen, wird dieser Textkommentar unabhängig von den Spracheinstellungen des Anwenders immer angezeigt. Ja, dann gibt es noch die Möglichkeit, dass man innerhalb der Notationen Diagramme setzen kann, die zum Beispiel bei einem späteren Ausdruck erscheinen sollen. Das macht man auch einfach, indem man in dem, entweder in dem Textfenster, das mit Ctrl A startet und über Ctrl D, OK, eine kleine Markierung setzt und bei einem eventuellen Ausdruck signalisiert hier diese Markierung dem Programm, aha, da soll also im Ausdruck ein Diagramm gesetzt werden und dann wird das Diagramm beim Ausdruck auch eingefügt. Alternativ, das kennen Sie ja schon, wir wissen ja, dass also viele Funktionen einfach via Rechtsklick im Kontextmenü zur Verfügung stehen, also Rechtsklick in die Notationen Diagramm einfügen, leistet genau das Gleiche, das wäre die Alternative. Das wären eigentlich die wichtigsten Funktionen, die beim Eingeben von Partien erstmal zu beachten sind. Sie haben also die Möglichkeit, Text einzugeben, Sie haben die Möglichkeit, Diagramme für den Ausdruck zu setzen und die Möglichkeit Varianten und Untervarianten einzugeben, das hatten wir bereits in einem der letzten Videos vorgestellt. Damit stehen eigentlich zusätzlich mit den grafischen Kommentaren alle Möglichkeiten zur Verfügung, die man benötigt, um Partien umfassend zu kommentieren und in einem der nächsten Videos werde ich Ihnen jetzt mal zeigen, wie man eine Partie, eine selbst eingegebene Partie mit Texten, mit Varianten und anderen Kommentaren innerhalb einer neu angelegten Datenbank speichert.